Du bist fast wie zu Hause. Hallo! Ich habe hier gerade Sian ihren Laptop. Das ist die Nao, das ist die Yuki, das ist die M2, das ist die Juki. Hi Yuki! Das ist die Lufi und ich bin Sian. Hey, Nao, das ist die Yuki. Bist du behindert? Weisst du behindert? Ja. Nao, willst du uns erklären, was wir hier machen? Hey Yuki, Entschuldigung, es ist mir so leid. Was machen wir da? Wir sind nach vorne zu einem Event namens Animatch. Was ist so lustig an dieser Zugfahrt? Was erinnert ihr uns an letztes Jahr? Den Zug? Eindeutig diese wiederkehrende Gestalt, in der wir jedes Mal sitzen. Wir fahren mit der Deutschland von Bern nach Basen und mit der SVB von Bayern nach Deutschland. Und da waren wir auf jeden Fall. Einen guten Schuquen! Schön! So nett wie geht es! Immer diese Sians mit deinen Kopfhörern! Die ignorante Idioten! Das ist ein Piloten, der... Abschluss zu deinem T-Shirt! Äh, nein, nein, aber dein T-Shirt. Sehen Sie, was interessiert an dich? Ich bin wirklich kettet. Profis? Ja, einfach mit der Kamera-Profis machen. Es ist Fuscht für die Kamera! Die Kamera, haf auf! Wir sind immer noch auf dem Weg nach Bonn. Bonn! Bonn! So, ich fühl mich nur gerade ziemlich outside. Ich zeig euch das mal kurz. Wieso? 3DS, 3DS, 3DS und auch hier ist irgendwie 3DS. Also, wie ihr alle sehen könnt, es war ziemlich out, ohne 3DS. Wie kann das sein? Und die Landschaft ist langweilig. Langweilig. Warte, nein, was ist denn so ein roter Hund? Ja, komm. Hey, ich mach's nicht kaputt mal, das ist schon eine dunkle Seite. Das ist eine Stütze. Stürz! Hey, der ist schon besser mit Schlappen. Ja, komm'm so gut. Hey ich hab das Bild geschafft. Es ist so langweilig. Ich hab dir nur noch so viel. War noch nie ja etwas haben, was geschafft? Ja, mit Trau. Zwei Stunden später. Es ist immer noch langweilig und sie sind immer noch alle am Gamen. Das ist doch scheiße! Die Landschaft hat nichts nach dem Bild! Ich zeig euch das mal schnell. Grüß die Landschaft. Ja, jetzt wird mich auch noch die Landschaft gestohlen. Schauen. Ich bin so heiß so. Das ist so langweilig. Aber zum Glück füllen ja nur noch hier, hier. Hey, er macht so. Ja. Wieso stellt das Ding nicht scharf? Ah, jetzt. Fielen. Nur noch drei Stunden. Was nicht ganz gut geht. Vier Stunden. Eins, zwei, drei, drei. Ich finde, das ist immer so. Jetzt bin ich schon beim Endgegen. Ich habe ihn schon gesehen, wie er mich fertig gemacht hat. Aha, also die Fett... Ich habe noch so wenig Leben. Es muss so spannende Zeit. Lufi, was hast du zu sagen? Die Welt ist pink. Dream from this dance. Nein, nein, nein. Dream from this dance. Könntest du nicht genau irgendwas unterhalten, dass sie nicht sinnlos dieses Zeug gefilmt? Nein. Es ist ja so langweilig. Lufi, ja. Ich sehe nur noch so viel. Ich dachte, sie macht den Moonwalk. Lure. Brave. Sehr. Ah, Brave. 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 Brave Brave permissions. Brave. Bravewards. ич Save and The Continues. Ich bin ein Nein-Bitch-Fight. Die weiß, was sie dann macht. Man sieht überhaupt nicht. Es ist Kingdom Hearts. Es ist Riku auf einem Motorrad-Arm. Gammel, 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 gammel. Gammel, 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 gammel. Ich fühle selbst mich gleich mit meiner Kamera. Ich bin schon vergammelt. Oh, wir haben einen Badhof erreicht. Oder sowas. Nein, haben wir nicht, aber hier ist Straße. Boimel, Knie, Iste, Lufi, Chian. Und wieso bin ich so random? Weil du random bist. Weil es langweilig ist, genau. Wow, wer hat das erwartet? Oh, bitte helft mich. Lufi, 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 Lufi. Chian. Das ist die erste Lektion. Chian. Mir ist langweilig. Helf mir mal. Genau, dazu kommt auch, dass ich Hunger habe. Ich habe Hunger. 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 Ich will was essen. Ich will was essen. Minna, puliere deine, umgeben. So, endlich passiert mal was. Wir holen uns Essen. Und das film ich jetzt dir in dem Nao Prässelfühler. Ich mache auch ein Tutorial, wie man es geschafft. Wir holen uns Essen. In die Richtung? Ja, in die Richtung. In die Richtung. Wieso? Einfach. Mama! Wieso? Das Schuki kommt an. Jetzt ist sie verzogen. Jetzt ist sie aus der Form. Schuki, wenn du nicht mitkommst, hat sie gesagt, du bist aus der Gruppe geschossen. Gell? Sie sind neu droht. Sie kann... Ah! Aui! 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 Ich bin glücklich! Und jetzt kriege ich noch ein Vater. Sie ist Japaner? Sie kommen aus Japan? Nein! Ja! Ich habe gehört, Sie wissen... Japanisch? Ja! Way back! Aui! 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 Wieder zurück in unserem schönen Abteil. Ich habe Essen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Aui! 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 Mh! Es rippt schon ganz kurz. Ja! Ich komme jetzt zu dir. Woher? Auf die Werte! So süß! Hey! Zwischenstand der Reise. Immer noch nagweilig. Die Zeit vergeht nicht. Wie ihr seht, ist es heiss hier im Zug. Der Baird hat gesagt, wir werden in einem klimatisierten Zoo fahren. Du weisst es schön. Ich glaube, die Kräfte haben uns verlassen. Die was? Die Kräfte. Alles. Das war der kurze Zwischenbericht dieser Reise nach Bonn. Hier ist es wie immer sehr nett zu. Wir sind wieder so von YouTube-Band. Das war ein bisschen Fleisch. Wir waren Fans. Ich beende den Zwischenbericht jetzt schon wieder. Und was sagst du dazu, Lupe? Heiss. Das ist nicht, weil ich da bin. Heiss wie Banane. Das ist heiss. Wir kommen bald in Bonn an. Die Mädchen, die die Mädchen, die ich auch nicht zu machen. Und ich bin auch ein Psyponist und sie sind wie eine Priester. Das ist ein Psyponist. Das küsst du. Das ist alles gut in Kontrolle. Wir sind in Bonn angekommen! Erschienen! Erschienen! Was holen wir uns jetzt? Wir holen uns Frozen-Yoghurt! Bluffel ist auch da! Ich glaub ja, nur den! Die Bette waren! Ein Happy! Mach nochmal! Lass nicht, mach mal! Okay, ich halte mal aus! Nun ist es so richtig Leuchtig? Ja! Schian, sing mal. Hallo, Yuki! Hallo, Shion! Hallo, Nao! Hallo, Lufi! Hallo! Kennen wir uns alle schon? Wir sind wieder im Spitz! Wir sind wieder im Spitz, weil letztes Jahr etwas ziehen und dann Happy Hour Drinks! Zum Glück bin ich hinter der Kamera, wo es mir nicht filmt! Bitte schön! Auf, Ani-Magic! Oh! Ich habe nicht geholfen! Ani-Magic! Tschüss! Ani-Magic! 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 Ich würde gerne, wenn ich jemanden durchgehalten hätte! Sie hätte nicht längst, aber ... Das ist wirklich immer, wie es dann geht! Und das ist immer geil, wenn ich oben bin! Ja, lecker! Weisst du gerade, wie ich über sechs schnurren muss ich filmen? Sag es euch nicht noch, Lotte, hat man es sicher nicht gehört. Ich habe es nicht gemerkt. Unser Frotte Ständer. Ein Ständer? Lass dich! Cosplay Meier für wen? Oh, Thron! Das ist so epic! Brafest! Mach Brafest in die Kamera! Hier und hier. Wo drin? Aha, du siehst nichts. Gute Nacht zusammen! Du hast die ganze Gnadel weg. Nein! Die ganze Gnadel durchführen! Das westen ist so neu. Heeeey! Ich ziehe mir Tränen auf. Ja, schon sieht es schön aus. So, wir sind jetzt angekommen. Wer schwingt? Ich gebe mal rüber. Äh, wir stellen uns gerade noch an. Wir sind aber doch schon recht weit vorne. Komm schon, komm schon. Ähm, ja, ich bin zuversichtlich. Warte, mach mal die Tasche weg. Ich will deinen Arsch. Tschüss. Ich nehme dich da. Ja, tschüss. Wo ist es mir hier eigentlich? Gehst du auf da? Sicher? Nein. Nein. Ich hatte einen Spinnenlauf auf dem Finger. Ich habe einen Spinnenlauf auf dem Finger. Ich meine. Kann es mal gehen. Ich habe einen Zitter. Ich habe einen Zitter. Schütt. Oh, oh, oh. Äh. Ah. Weeeey! Wie HAS sind die chemotherapy? Wie 9-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin-spin. Das glaube ich, das glaube ich schon sofort. Wo ist mein T-Shirt? Ich höre auch, dass ich eine Frau habe. Bist du nicht hingegangen? Guck mal, ein Spiel. Wo habt ihr die geholt? Hallo, Yuki! Yuki! Nein, die Karte ist... Yuki, mal du dritten Nase. Guck dir mal. Wow! You may cry volume 1. Oh, da hinten ist ein Riddler. Geh mir mal gleich den Riddler. Geh mir jetzt dahin. Lena! Lena! Blondie! Du, Riddler! Gut, dass ich darauf reagieren kann. Die beste Reaktion ist noch immer, wenn die Karte... Hey, Lufi, 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 Lufi! Hey, schrauben! Ich hatte eben schon so Süße, so Kekse, aber... Aber... So! Wir haben... einen Fan! Und zwar hier! Oh! Oh! Genau! Wir haben die gerade hier getroffen, als wir gechillt am Boden waren. G-Vlog! G-Vlog! Ist hier noch langweilig G? Ist auch noch kurz mit mir! Oh! Ego! 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 So, willst du noch was sagen? Ich kann relativ viel sagen, aber nichts Sinnvolles. Ja! Du kaufst uns ein neues Video! Freu dich! Das ist ultimativ toll! Ich möchte, damit nicht nur ein Dialekt vertreten ist, noch ein paar Worte in meinem Heimat-Dialekt sagen! Oh, okay, okay! Aber damit das mal ganz klar ist, wir Sachsen sind Helle und wir sind ja die Besten in ganz Deutschland, ne? Und wer was anderes erzählt, erzählt Mist! Nein! So! Nichts mehr wissen, was da ist! Also es ist einfach Gehirn ausschalten und losreden! Ja, das ist so! Das ist immer so! Unheimlich einfach! Unheimlich einfach! Ja! Auf jeden Fall! Ja, äh... Des Weiteren, äh... Viel Spaß! Ja! Ja, danke! Ich tu mal so, als wäre ich ein Organisator! Oh, danke! Okay! So! Ich höre, dass du da bist! Ich beende dieses Video wieder! Ja! Mit unserem Fan! Wo ist er da? Uh, von hinten toll! Weisst du? Ich war draussen, wo es zuhause brachte! Oh! Ich hab dich reich gesehen! Ja, einfach mit... Oh, scheiße! Oh, oh! Was? Oh, oh! No! Nein! Nein! Ja! Das ist so geil aus! Sorry! Das ist so geil aus! Du willst was? Wooooo! Schwäntli! Play in Switzerland! Juhu! Määw! 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 So! Das war's. Das war's.